hey leute hier wenn ihr bock habt auf dieses geile set hier inklusive einem zweihandschwert das habe ich jetzt nicht an das gleiche aber noch das ist das set der einsamkeit und das großschwert der einsamkeit dafür muss den ganz bestimmten boss besiegen der kampf hat es wirklich in sich richtig richtig nice aber wie gesagt das set ist auch richtig geil ihr schaut mal drüber am besten sehr cool musste ich mir direkt anziehen ist ein schweres rüstungsset ich musste ich ein bisschen gucken dass ich mittlere traglast kommen damit ich keine feldroll macht aber sehr sehr nice und hier ihr habt ihr das großschwert der einsamkeit stärke natürlich nötigte mindestens 27 und 13 geschicklichkeit um es überhaupt nutzen zu können skaliert aber natürlich stärke standard mit b und geschicklichkeit dann auch noch mal mit e ich habe es bisher noch nicht ausprobiert aber für alle die auf zwei händer stehen bestimmt ganz nice das ganze hat auch ein einzigartiges talent einsamer mondschnitt führt mit dem großschwert einen scharfen schnitt nach unten aus der ein lichtblitz nach vorne schießt bei starken angriffen ist ein folge angriff möglich aber wie gesagt ich zeige euch wie ihr da rankommt menschen habt ihr ja schön in eurem bild verwendung für das teil und könnt ihr mir schreiben was ihr davon haltet ich sage vielen dank leute lasst mir gerne abo like da schaut gerne auf twitch und bei unserem disco vorbei und jetzt wünsche ich euch viel spaß abonniere ich euch Okay. 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 Okay.